Guten Morgen! Guten Morgen! Achja, wir sind ja wieder da. Herzlich Willkommen zu Let's Play Stardio Valley. Immer noch am selben Tag, ich habe ein bisschen extra Glück heute. Ja, wieder eine kleine Pause, spiele jetzt weiter. Brief, genau, 500 von Mami. Die sind fertig, eine Tomate und eine Hot Paper. Da rein. In dem Moment für einen Kollege unten, kann ich was verschenken. Och, verkleine Nase. Nee, 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 nee. Hier, falls wir wieder einen Kammer mitnehmen. Scheiße, ich hatte doch noch einen. Die eine wollte ich ja welchen, wäre zu spät egal. Dich vertigierst man, weil du gingst ziemlich viel, das ist ziemlich geil. Genau. Geoden, Big X. 300 Oils und der Stein. Sollten reichen. Der Ancient Seed tut immer noch nicht so viel, weil ich züchtige ein Spiel ist. Ich nehme jetzt auch noch mal auf, weil ich Bock drauf habe, weil ich nicht aufhören will, weil ich sehen will, was hier passiert. Keine Maser mehr. Das passiert hier. Und Kabooms. Ja, dann würde ich sagen... 7.30 Uhr. Wir gehen schon mal in die Stadt und können uns auf den Weg machen. Stand zu Robin, zum Carpenter. Und dann kriegen wir einen Coop. Da freue ich mich ziemlich drauf. Vorher schauen wir natürlich schon mal bei Abby vorbei. Gucken wir mal hier auf unsere... Genau, gestern Luau. Oder letzten Geburtstag. Quest gibt es keine. Ja. Wir gehen natürlich erstmal zum Museum und Co. Hier bei Rusty Spoon haben wir. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel für den Suha erstmal mehr das ganze Museum gesperrt. Das ist ziemlich scheiße. Ach, muss man schon trinken, ey. Oh, meine Nase ist gar nicht... Ich bin mal ein bisschen erkält. Das ist ein bisschen doof. Bin mir leid dafür. Jetzt geh auf. Ja, nur Radio und Software. Ja, ist klar. Ich weiß. Zeigst du mir immer an. Aber erst, wenn ich mit einem Aufnahmen im Spiel bin. Vorher nicht. Arschloch. Sagt dir auf. 50. Ja, 50. Ja, 50. Ja, 50. Ja, 50. Komm. Danke sehr. Glen, morgen. Hier. Hier. Hör auf. Mhm. Uh, das sieht schick aus. Ist das? Ocean Stone. Eisen, naja. Gett. Das kenn ich, glaub ich, auch noch nicht. Esparit. Und 3 Cola. Alles klar. Danke. Dann mal runter zu Kollege Schnüschel, ich freue mich aber mal von dem, wie wir von dem eine Schlüssel kriegen. Achso. Ja, da siehst du drei Sachen. Nur Reward, das ist schön. A Knight on Echo Hill. Cool, ein Bild. Das hänge ich aber auf, bevor ich wieder an die Mine gehe. Ich lerne aus meinen Fehlern. Guck mal, Abby, wir suchen jetzt. Warum Penny? Wir müssen doch mit Marnie mal Freunde werden und will die eigentlich haben. Wann muss ich mal anfangen, dir was zu schenken? Ich fange glaube ich an mit schönem Blümekes. Ja, jetzt fange ich mal Felix. Ja, aber ich brauche gar nichts. Bitte. Hey Abby. Ich wünsche dir bei seinem Dennis an der Geschichte. Ich weiß nicht. Nichts Neues zu sagen hier. Aber wir haben immerhin schon vier Herzen. Ist schon nicht schlecht. Shane mag uns auch ein bisschen. Wo ist denn eigentlich hier Marnie? Der schenke ich Milch oder so. Ein paar schöne Eier. Das hat zwar alles selber. Ich schenke dir eine Melone oder so. Vielleicht mag ich das. Moment, wo war ich hin? Achso, hier Carpenter. Genau. So eine scheiß Grape. Ist mir auch nicht mehr aufgefallen. Ich sehe hier keiner. Ist echt scheiße. Ich sage es gerade noch. Geil. Natürlich. Wunderbar. Perfekto. Ein Coop. Ja. Okay. Muss ich den so bauen? Möchte ich den hier haben? Ja. Vor den Weg da. Das macht Sinn. Nachher steht garantiert alles im Weg. Ich kenne mich. Ich baue immer alles im Weg. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Wenn du mal Ruffreunde bekommst, bin ich mir sicher, dass du dir zeigt, wie du das Kropfen hier hinten benutzen kannst. Ah, ich verstehe. Ach, guck mal, da ist eine Treppe, das ist ihr Zimmer da unten. Okay, das bringe ich aber erstmal in Sicherheit. Dann können wir gerne Minen gehen, aber das will ich auf keinen Fall verlieren und das auch nicht. Good night on Echo Hill. Das platzieren wir auch gleich mal in unserem Haus. Und dann geht's ab. Sehr gut, dass wir die gefunden haben. So, dann haben wir nämlich die schon mal voll. Schleime, wenn wir Glück haben, wenn wir jetzt ganz viele Schleime treffen, kriegen wir auch die Schleime tatsächlich noch voll. So, das Boost-Gemälde wollte ich auch mal platzieren. Ja, schön. So. Die ist voll. Steine können wir hier rein. Ja. Dann ab in die Mine. Level 55 müssen wir da jetzt erreichen. Ich bin mal gespannt, wann wir denn mal eigentlich in die Wüste kommen. Und da hinten über den Eingraben. Und in den Wald. Da will ich alles noch hin. Ich wünsche Spaß, was freigeschaltet wird. Ich wünsche Spaß. Euch kann ich gleich bald zwei Sachen mitbringen. Zwei Sachen abschließen. Das ist hammergeil. Was finden wir noch? Die Melonen und... Tort Pepper. Tomato, Melone und diese komischen Beeren. Welche Beeren? Blaubeeren? Blaubeeren? Blueberry? Ich glaube Blueberry. Blaubeeren? Glaube ich. Ich weiß nicht, was die ganze Statuen hier bedeuten. Sie sehen ein bisschen aus wie E-Box. Finde ich. Ich weiß es nicht. Und wann das freigstellt. Dann muss ich mal eine Pick-Explot upgrade. So. Das ist... Ja, das ist doof. Der Eisgebot. Ach guck mal, hier ist Eisen. Huch. So, Feierabend. Nice. Hardwoods. Geil. Das ist ziemlich selten. Das habe ich bis jetzt... Das habe ich jetzt mein drittes Hardwood. Mein 3, 2 und 3. Fledermaus. Muss mal gucken, in der Adventure-Skill. Wie weit ich denn hier die Monster schlachten? Fledermaus muss ich zumindest mal relativ weit sein. Ich weiß, das Schleiberwand ist ja 1.000. Das könnte noch ein kleines bisschen dauern. Aber Fledermaus habe ich doch schon. Gut. Fertifakt. So. Schleim mal einfach weg. So. Dann mache ich jetzt mal das kaputt. Nix. Ein Geist. What the fuck. Der hört aber ziemlich viel aus. Einen Wunden mal nicht. Lol. Der macht 15 bis 24 Schaden. Nehmen wir doch gleich mal aus. Komm mal her. Das ist so nice. Refined Quartz. Hammer nice. Hier ist Kohle. Ja. Bevor ich da durchgehe. Und Jade. Ja, fick dich bevor ich da durchgehe. Ich erstmal da hinten um den Durchgang gucken. Da war ein Durchgang. Da würde ich jetzt gerne mal gucken, ob ich da durch darf. Okay. Das ist nämlich definitiv ein Durchgang, Freunde. Da komme ich auch nicht durch. Okay. Das sah so aus. Schade. Ja, komm her, Fledermaus. Ich mache auch die ganzen Fledermausflügel, die ich noch habe. Verkaufen übrigens auch ein bisschen was. Okay. Ja, hier ist ein Schleim. Verpasst dich. So. Nur. Da habe ich die Harde einfach mal so gefunden, ey. Deck mich am Arsch. Jetzt kommen ja auch noch die Scheißviecher. Fuck you. Ja, fuck you. So. Ach, gleich nochmal. Natürlich. Dann bin ich nochmal hier in Ruhe. Feierabend, Ruhe. Feierabend, Ruhe. So, Ruhe jetzt. Meine Herren. Das ist jetzt nochmal, kommt dann, äh, der ist aber Schluss. Mal lustig. So, sehr gut. Ich ziehe dich. Ich muss da runter. Gut. Level 45, sollte man sich das schaffen. Da ist schon wieder ein werter Geist. Komm her. Leute, fuck. Du Arschloch. Teleportet der sich, wenn der mich trifft. Komm doch her. Da. Guck mal, da ist die Treppe. Goldohr. Jawoll. Das heißt, wir können auch bald Gold da machen. Ich frage mich viel Gold, aber wir brauchen wahrscheinlich 5 oder was. Das ist ziemlich gut. Oh, jetzt war weg. Oh, jetzt muss ich auch noch niesen. Der legt mir am Arsch. Stirb. Oh, mein Gott. Hier ist ungünstig. so Eisen die war ich, Shibara Level 45, geil Ich bin doch zu durchgeschlagen, ey. Kommen wir drauf. Ja, ich gehe hier nach oben. Scheiße, ist er dazu. Ich wollte auch noch so gerne gucken, was ich noch da haben muss. Ja, das war ziemlich produktiv. Echt Glück. Da bin ich der Hase. Ich muss das Ding hier auf den Enderfals hier. Es hat gerade gewackelt. Da ist auch nicht das der Sahne. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh, Level 5. Oh, choose a profession, geologisch oder minor, also all per wine, also wahrscheinlich all per linda. Okay, appear in Paris. Ich denke, das tatsächlich. Aber wir danken nämlich jetzt fürs Zuschauen. 300 bringt ein so ein Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.